Okay, du möchtest zum Beispiel mit Reisen Geld verdienen, passiv, als Affiliate und da brauchst du vielleicht ein Foto dazu, ich zeig dir kurz was. Hast vielleicht ein Blog, Instagram Account, du kannst bei Booking ganz nach unten scrollen und dann siehst du hier Affiliate werden. Klickst du das an und so kannst du dich hier direkt anmelden. Hier die ganzen Schritte dazu. Das Ganze kannst du dann auch faceless machen und wenn du dann ein Foto brauchst, nutze ich oft dieses Tool. Ich brauche ja immer wieder Fotos für Newsletter, für Beiträge, irgendwo. Und ja, das mit den Rechten ist ja schwierig, also nutze, entweder bei Canva kannst du Fotos nutzen, aber du kannst es auch selber herstellen lassen. Ideogramm kannst du gratis nutzen. Siehst du, es ist gratis bis zu 10 Stück Prompts pro Tag und danach kostet es etwas. Aber eben wenn du für einst etwas brauchst, das reicht alle Weile. Umso besser du hier einen Prompt eingibst, umso besser wird nachher dein Bildmaterial. Hier nur schnell zwei, drei Ideen. Ich stelle den Tipp nach Rom zum Beispiel, wenn ich das verknüpfen möchte, mit dem Booking Affiliate. Kannst du so ein Bild nehmen, kannst du selber eigenen Text draufstellen und veröffentlichen. Du kannst aber auch hier, das sind alles Bilder, die gerade in der jetzigen Sekunde jetzt erstellt worden sind, mal reinschauen. Ah, das ist auch süß. Momentan läuft das wahnsinnig, so Katzen, Tiere, Filme. Also wenn das etwas für dich ist, dann bleib dran, dazu später mal mehr oder schreib mir.